Wir kommen jetzt zur Sugaierung, da habt ihr schon alle drauf gewartet. Genau, und jetzt haben wir das, erstmal das Kistenstapel. Genau, und wir wollen noch erwähnen, der Pascal hat 19 Kisten gehabt, aber der ist nicht erster, sondern der Jonathan ist mit 24 Kisten. Denn heute, er ist da, nochmal einen fänden Applaus, Jonathan, wo bist du? Dann auf die Bühne, ja, hopp, 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 hier. Wir brauchen noch mehr Applaus, der Junge. Jonathan, 24 Kisten, Wahnsinn. So, hier ist erstmal deine Urkunde. Und weil so schönes Wetter heute war, braucht man sicherlich eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille, vielleicht ziehst du die mal eben auf, oder willst du es gleich machen? Okay. Gleich willst du es machen, okay? Oder jetzt, hier. Und auch eine coole Sonnenbrille hier. Bei dem Sonnenstrahlen braucht man eine Sonnenbrille. Mit dieser Sonnenbrille fahren die ganzen Hände. Guck mal, ihr war hier. Ey Mädels. Danke Pascal, 24 Kisten. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu unserem, zu der Siegerhärmung von unserem zweiten Soccer-Junior. Zu Lörrach, genau, du grimmst schon. Mal sehen, wie viel da du geworden bist. Aber jetzt erstmal. Nummer, der Platz 3 ist bei uns die Number One. Die Number One mit einem fetten Applaus nach vorne. Okay, Number One hat den Bus nach Hause genommen. Egal. Dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Kommen Sie doch. Kommen Sie doch. Kommen Sie doch. Applaus. Ja, Playstage. Die Playstage hier auf die Bühne. Sind wir mit 2 Mädels? Also nochmal ein extra Applaus, oder? Sehr cool hier. Mit Vernetzung. Klar. Korrekt. Habt ihr einen Cranko mitgebracht, oder was? Hier einmal. Wir haben noch drei Urkunden. Da müssen wir nochmal welche drucken. Und, genau, die Urkunden sind gleichzeitig Gutscheine fürs Bistro. Und nach dem Motto, Döner macht schöner. Hier, Dönergutscheine für euch. Hier, Dönergutscheine für euch. Ja, Döner macht schöner. Okay. Hier können wir runtergehen, nochmal einen fetten Applaus. Hier bis zum Playstage-Team. Jungs. Alles da. Geht ihr mal bitte runter, oder? Bitte runter von der Bühne. Dankeschön. Genau. Und jetzt kommen wir zur Number One hier bei unserem Soccer-Turnier. Das sind die Player Soccer-Turnier. Player Soccer-Turnier. Player Soccer ist nach vorne hier. Herzlichen Rundschluss. Geben wir 5. Geben wir 5. Heute ohne Brille hier der Kollege. Okay. Einmal. Erstmal die Urkunden hier für euch. Und dann, damit... Genau. Genau. Ihr müsst... Ihr habt hier einen Monat Fitness-Gutschein vom Fitnesscenter. Sportiv. Kosmos. Ihr müsst zum Grill gehen gleich. Genau. Und dann euren Namen da eintragen. Hier. Nochmal einen fetten Applaus hier für euch. Für alle hier. Genau. Pokal geht's halt nicht. So, komm. Das könnt ihr unten queren. Okay. Kommt, Jungs. So, ich hab's vergessen gerade noch. Der Martin hat vor einem Kletterwand-Contest den ersten Platz gemacht. Mit einem fernen Applaus. 15,75 Sekunden. Der Martin nach vorne beim Kletterwand-Contest. So ist er. Martin, komm. Das geht ja schneller als 15 Sekunden hier, weil dir auch nicht. Nochmal. Fernen Applaus hast du gerade bekommen. Genau. Einmal noch eine Urkunde. Und weil das Wetter so schön ist, siehst du immer besser aus mit einer Sonnenbrille. Viel Spaß. Genau. Ich bin jetzt am Ende der Sieger-Erkund. Aber ich hab noch ein paar Ansagen. Genau. Ich brauch mein Bike. Genau. Vielen Dank, Karl. Genau. Dieses Bike könnt ihr gewinnen, wenn ihr in der Woche als schnellstes die Ketterwand hoch seid oder die meisten Kisten gestapelt habt. Wir haben jetzt schon 24 Kisten. Genau. Morgens haben wir auch hier eine Biker-Show hier. Eine Tri-Biker-Show. Die springen über Euro-Palette. Dann haben wir noch eine Hip-Hop-Band eingeladen. JFG in Krabafu. Hier auf unserer PlayStage. Programm morgen beginnt. Speedball-Turnier. Um 14 Uhr. Anmeldung da vorne beim gelben Zelt. Dann nochmal ein Hinweis an unsere tolle Homepage. www.playstage-lera.de Da seht ihr Videos drauf, wo ihr euch gleich wieder findet. Infos zu der PlayStage. Genau. Dann nochmal herzliche Einladung zum Bistro. Schönen Abend euch. Vielleicht schaut der Fußball oder genießt die Sonne. Tschüss und bis morgen. Wir hoffen, wir sehen uns. Macht's gut. Vielen Dank.